Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Es geht durch der Freizeit die zweite Halbzeit ab. Götze. Schon im Mittelfeld holen wir nicht den Ball zurück. Achtung, hier wandt sich vielleicht was an. Bisschen Träsch haben wir. Das ist das berühmte moderne Torwartspiel. Der Torwartskipp den Verteidiger. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen ab. Bruder kommt jetzt rein für Offenheit. Mario Götzler. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Bisschen Träsch am Ball. In der Mitte ist vier Platz. Spiel doch dahin. Die Boxen in der Mitte ist ein Wechsel bei der 13'-Jesse. Und der Sturz wurde gestoppt. Herr Willi, hat den Ball. Bitte nicht. Wurde hat den Ball. Sobald schnell an saubere Abwehrarbeit. Die vollste Situation ist bereinigt. Sie stiehe sich den Ball zu wie im Trenz. Elf Meter für mich. Ich mache jetzt drei Wechsel. William Damien ist verletzt. Dafür kommt Max Kruse rein. Fabian Johnson für Klaassen. Und Julian Draxler für Banas. Andreas Christensen. 1-1 Torschütze nach dem Elfmeter von Andreas Christensen. Stoar! 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 Vielen Dank.